Was heißt es eigentlich, wenn wir von vielseitigen und nachhaltigen Berufsbildern sprechen? Im Moment haben wir wirklich sehr schnelllebige und dynamische Entwicklungen, auch was diesen Bereich der Nachhaltigkeit angeht. Es entstehen neue Berufsfelder im Bereich nachhaltige Finanzwesen, im Bereich nachhaltiges Marketing oder im Bereich auch eine nachhaltige Personalpolitik. Dieser Aspekt der Nachhaltigkeit braucht nochmal ein Spezialistenwissen und er kann aber in allen Unternehmensbereichen eingesetzt werden. Und da seid ihr dann gefragt mit euren Werkzeugen und Tools, was die nächsten Schritte sind, um so ein Unternehmen nachhaltig aufzubauen, umzusetzen und zu steuern. Ihr habt aber auch die Bereiche innerhalb der Kultur, der Gesellschaft. Das heißt, wir bilden euch aus für ökologische Jobs, wenn wir in die Mobilität reingehen oder in die Energie. Oder ihr habt Jobs im Bereich der Gesellschaft, Corporate Citizenship, sagen wir dazu. Also ihr habt ein vielfältiges Berufsfeld, wo ihr mit dem Instrumentarium und mit dem Wissen, was ihr bei uns gelernt habt, auch sofort in die Action-Seite reingehen könnt. Ihr könnt es umsetzen.